Ich warte gerade und dachte, vielleicht kann ich das einfach schnell nutzen und ganz schnell erzählen, wie das Vorsprechen in Berlin an der Ernst Busch war. Da war ich glaube ich am Mitte, irgendwann Mitte, 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 Mitte Januar, ich glaube am 15. Ich hätte eigentlich vorher in München sein müssen, ich glaube am 13. oder so und bin in den falschen Fernbus gestiegen. Das war die letzte Möglichkeit für mich nach München zu kommen, weil München ist auch ein bisschen entfernt von mir. Ja, ich bin in den falschen Fernbus gestiegen. Ich glaube, das passiert mir nicht nochmal. Ich bin auch eigentlich sehr genau mit dem Ticket und so und auch, dass ich hier in den richtigen Bus steige. Aber der Ticketanschauer hat auch nichts bemerkt und ich habe eben nur Müh gesehen und das Ende von Müh war eben Münster und nicht München. Und naja, dann bin ich an den nächsten Schnittstunden ausgestiegen und dann mit dem Zug zurückgefahren. Genau, aber dann in Berlin war ich dann in der Ernst Busch. Ich bin mit dem Nachtbus dahin gefahren. Der ist irgendwie sechs Stunden gefahren eigentlich, viel zu wenig, weil bis man eingeschlafen ist, war nicht so gut. Das mache ich dann hier wirklich nicht nochmal. Ich war so gegen halb sieben, ich glaube sogar sechs Uhr zehn oder so in Berlin und bin dann zu Ernst Busch gefahren und ein bisschen rumgelaufen. Um halb acht bin ich dann, glaube ich, rein und habe dann auch die erste, habe mich dann eben abhaken müssen, dass ich da bin. Da liegen dann eben so Listen aus. Da wird man dann weggestrichen und bekommt zwei Zettel. Da schreibt man eben einen kurzen Lebenslauf quasi drauf und seine Rollen, die wollen zwei Rollen haben. Und das Lied schreibt man, glaube ich, auch noch drauf. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf. Und dann habe ich mich aufs Uwe gelegt. Und ja, geschlafen habe ich auch nicht mehr, aber naja. Ich glaube um neun oder halb zehn so ging es dann los. Dann kam eben die Kommission, das waren immer zwei Leute, eben nach und nach so rein in den Vorraum und haben uns dann eben aufgerufen. Wir waren, glaube ich, so eine Gruppe von fünfzehn Leuten oder so. Und hatten dann eben eine Umkleidekabine, haben uns eben umgezogen zu der ersten Rolle. Die Roller haben eben natürlich erst was gesagt, wie es alles so ablaufen würde. Das waren zwei Frauen in die Kommission eben. Und genau, die waren ganz ruhig, kann man eben zu gucken. Die halten da wohl viel von, weil man sagt, ja, man kann viel lernen beim zu gucken. Wir haben halt wen, kann sein. Es ist immer ganz spannend eigentlich. Mich lenkt es manchmal ab. Manchmal ist es auch ganz interessant. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man ein bisschen runterkommt und sich nicht so auf sich konzentriert und nicht so in seiner eigenen Aufgeregtheit erstickt quasi. Genau. Die erste Rolle konnte man sich eben aussuchen. Ja, zweite dann eben auch. Ne, ist ja klar. Wenn man nur zwei Rollen vorbereiten soll, das gab eben quasi zwei Runden. Jena hat seine Rolle vorgespielt. Je nachdem, wurde unterbrochen. Ich glaube, wir arbeitet haben die, glaube ich, mit keinem. Und auch nicht nur haben sie mal gesagt, stopp, fangen wir von vorne an und jetzt mal ganz ruhig wieder so. Dann kurze Pause, da haben sie sich kurz beraten und dann eben zweite Rolle. Und dann haben sie sich beraten, haben eben gesagt, dass sie von manchen eventuell noch eine dritte Rolle sehen wollen, je nachdem, ob sie eben was haben oder nicht. Oder eventuell ein Lied. Und dann war schon die Entscheidung. Ich glaube, ich war um eins, war ich dann fertig. Genau. Und was ich mal sagen wollte, was mich so aufregt, ne. Ich habe schon öfter mal gehört, dass es gar nicht möglich ist, sich ganz schnell auf eine Rolle einzustellen. Dass man nicht von 0 auf 100 springen kann und sofort in der Rolle drin sein kann. Das kann man gar nicht, haben sie mal gesagt. Und dann lassen die einen aber nur anspielen oder brechen manchmal schon nach ein paar Sätzen. Das ist doch unlogisch, oder? Warum lassen die einen einfach nicht mal seine Rolle? Mein Gott, das sind dann vier Minuten, die sie dann meinetwegen fast nicht verschwendet haben oder auch nicht. Aber da hat man selber mal ein bisschen besseres Gefühl, weil man das Gefühl hat, man konnte jetzt endlich mal alles zeigen. Man kann nicht in einer Minute irgendwie alles von sich preisgeben und manche Rollen steigern sich eben zur Mitte hin oder zum Ende hin. Und sind nicht geil gleich am Anfang. Wurde ich mal gesagt. Weil mich haben sie geht so spielen lassen. Von der Länge her. Und die Kritik war ziemlich schlecht. Die fanden mich überhaupt nicht gut. Ich habe eben Gudrun gespielt. Da haben sie gesagt, also Gudrun Enzli von Christina Brüten, haben sie eben gesagt, ja nee, das geht nicht. Sie vertreten ja eine Ideologie und alle Ideologie, die kann man nicht spielen. Gudrun Monolog. Und der zweite Monolog, ich hatte den eben aus dem Internet. Ich habe denen das auch erklärt am Anfang, dass ich den eben aus dem Internet habe. Ich habe von einem Mädchen gelesen, von einem Blog. Den kann ich euch auch mal verlinken, wenn ich ihn nochmal finde. Die hat eben diesen Monolog vom Englischen ins Deutsch übersetzt und ihn dann vorgesprochen. Und die hat den eben so ein bisschen beschrieben in ihrem Blog und der hat sich ganz lustig angehört. Dann habe ich den gesucht und auch gefunden und habe dazu versucht, ein Stück zu finden. Das gibt es aber nicht. Ich habe wirklich nichts gefunden. Das ist einfach ein Monolog aus einem englischen Monologbuch. Weil Vorsprache gibt es natürlich auch in England und die haben da auch Monologbücher. Und dann habe ich mir den eben auch übersetzt und habe ihn dann vorgesprochen und habe auch gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Theater hat was mit Interesse zu tun und dann sollte man auch das Interesse haben, was weiß ich, so ein ganzes Stück zu lesen. Nee, das geht überhaupt nicht. Ja klar, da fahre ich natürlich schon unten durch. Naja, was soll's. Dann war ich fertig. Ich glaube, es ist keiner von den Jungs weitergekommen und nur ein Mädchen. Und was ich da noch ganz cool fand, da waren auch so zwei Boys. Die waren, glaube ich, ich weiß, also interpretiere ich jetzt mal so ein bisschen, konnten es nicht ganz verstehen, als ich weiter bin. Also ich war eben am rausgehen, habe den Ausgang gesucht, habe mich ein bisschen verlaufen. Und dann haben sie gefragt, ja, willst du weiter? Ich habe gesagt, nee. Und dann haben sie gesagt, was? Mach auf jeden Fall weiter. Du bist echt voll gut. Und das freut mich. Mann, Dankeschön. Fand ich echt cool. Gut. Und das war's. Dann bin ich rausgefahren. Tschüss. See, es gibt mir da eine Aus Remofern hatte. Wo ist die bill Veteransdate her auch bei armere RGB. Ich möchteihat aber keinem nervliches.